... über Aurach in eine idyllische und ruhige Winterlandschaft verwandelt. Kaum etwas erinnert hier mehr an das schreckliche Drama aus der Silvesternacht, bei der ein elfjähriges Mädchen ums Leben gekommen ist. Der Tatort hier selbst ist sehr ruhig, die Stimmung ist bedrückt, einige Kerzen und Andenken erinnern an das Mädchen, der Schnee hat diese Erinnerung fast schon bedeckt am Straßenrand, die Kerzen sind kaum zu sehen, die Anwohner sind sehr ruhig, die Atmosphäre ist bedrückt.